Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Spiderman! Spiderman! Wieso diese neue Aufmachung? Hey, hey, ich bin nicht Spiderman, aber man kann mich für Fotoshootings und Verbrechensbekämpfungsconventions buchen. Und wer bist du dann? Nur ein Held, der seine Nachbarschaft auf der 14th Street stolz machen will. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ein neuer Held sorgt für Ordnung in der Stadt des doppelten Spiderman. Ein neuer Held? Hey, das ist Musik in meinen Ohren! Wir haben wohl den Empfänger der fehlenden Spinnen-DNS gefunden. Es ist durchaus möglich, dass auch Norman das gerade sieht. Und dann will er die neue Spinne sicher ebenso haben wie wir. Nimm den neuen Slayer und schnapp ihn dir zuerst! Sag deiner Mama, ich mag keine Mortadella. Wenn ich dir schon das Essen klaue, dann will ich auch, dass es schmeckt. Hey, ihr schlechten, seierten Loser! Lass den in Ruhe! Oh yeah, Spidey! Neues Kostüm? Spiderman! Nein, ich bin ein neuer Spiderman und ihr seid hier in meinem Block. Findet ihr es immer noch lustig, andere herumzuschubsen? Wir schubsen niemanden herum! Ach nein? Was ist mit diesem Miles Morales, den ihr heute Morgen geärgert habt? Wer? Du weißt schon, der, der so gut aussieht. Willst du mir etwa sagen, er sieht nicht gut aus, denn dann verpass ich dir sofort eine. Ganz genau, ich werde... Ja, lauft lieber weg! Hey, Spiderman! Was geht, Kumpel? Überbringst du mir einen Superhelden-Bekommenskorb oder so? Du warst etwas hart zu den Jungs, denkst du nicht? Auf keinsten, Mann! Das sind Schläger, die ärgern ständig andere Kinder. Pass nur auf, dass du nicht selbst zum Schläger wirst. Rache ist kein Freund eines Superhelden. Niemals, Mann. Ich will wie du sein. Du bist mein Held. Oh, tja, wenn das so ist, dann möchte ich dir etwas mitteilen. Ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, aus großer Kraft folgt große... Soziale Kompetenz? Nein, folgt große... Netzstabilität? Lässt du mich mal ausreden? No, go. Gut, folgt große Verantwortung. Verantwortung? Wie jetzt? Ich wurde nicht von einem Polizisten gebissen, ich wurde von einer unglaublichen Spinne gebissen!